Im Jahr 2024 haben wir uns von vielen bekannten Persönlichkeiten verabschieden müssen. Schauspieler, Musiker, Politiker, Moderatoren und beliebte Künstler sind verstorben. Wir erinnern an die prominenten Verstorbenen. Um kontinuierliche Updates zu erhalten, abonnieren Sie unbedingt unseren Kanal und aktivieren Sie das Glockensymbol. Carl Weathers sagte am 1. Februar 2024 der Welt auf Wiedersehen. Der Schauspieler, der vor allem als Boxstar Apollo Creed in Rocky bekannt wurde, verstarb am 1. Februar im Alter von 76 Jahren. Seine Familie gab seinen Tod in einem Statement bekannt, das unter anderem Deadline vorliegt. Sie schreibt, dass Weathers friedlich im Schlaf gestorben sei. Aston Barrett, Bassist der legendären Bob Marley Band The Wailers, ist tot. Der Musiker starb Anfang Februar 2024 im Alter von 77 Jahren in einem Krankenhaus in Miami im US-Bundesstaat Florida, bestätigte die jamaikanische Kulturministerin Olivia Grange. Aston Barrett spielte mit der Reggae-Legende Bob Marley, war aber auch in anderen Bands tätig. Michael Jaston Schauspieler Michael Jaston ist im Alter von 88 Jahren gestorben, wie The Sun berichtet. Michael war vor allem durch seine Auftritte in Doctor Who oder Only Fools and Horses bekannt. Toby Keith Country-Sänger Toby Keith ist am 5. Februar 2024 verstorben, wie seine Familie auf Instagram bekannt gab. 2021 wurde bei ihm Magenkrebs diagnostiziert. Jetzt hat er den Kampf gegen die Krankheit verloren. Keith wurde mit Hits wie Should Have Been a Cowboy bekannt. Er wurde 62 Jahre alt. Damo Suzuki In den 1970er Jahren wurde Damo Suzuki mit der Rockband Ken bekannt, die sich durch ihren improvisierten, psychedelischen Gesang auszeichnete. Nun ist die Musiklegende im Alter von 74 Jahren an Darmkrebs gestorben, wie Ken auf Instagram mitteilte. Nach dem Ende der Band spielte er noch in verschiedenen Bands und gründete sein eigenes Label Damo's Network. Bereits mit 33 Jahren erkrankte der Sänger an Darmkrebs und 2014 ein zweites Mal. Nun starb Damo Suzuki am 9. Februar durch die Krankheit. Pablo Grant Schauspieler und Musiker Pablo Grant ist verstorben. Das gab seine Familie auf dem Instagram-Account Rap-Kollektivs BHZ bekannt. Der Künstler, Schauspieler, Musiker und Teil von BHZ Pablo Grant ist am 6. Februar unerwartet im Alter von 26 Jahren an den Folgen einer Thrombose verstorben. Die Familie und Freunde des Verstorbenen sind untröstlich und bitten bis auf Weiteres darum, die Privatsphäre zu respektieren und in dieser schweren Zeit von Kontaktaufnahme abzusehen. Grant war neben seiner Musikkarriere auch in zahlreichen TV-Serien zu sehen. Bei Polizeiruf 110 verkörperte er seit 2020 Günther Marcus, Calvin Kiptum, der kenianische Marathonläufer. Calvin Kiptum ist im Alter von 24 Jahren gestorben, wie Mitte Februar mehrere Medien berichten. Demnach ist er bei einem Verkehrsunfall in seiner Heimat Kenia ums Leben gekommen. Das bestätigt auch die Polizei. Sein Trainer Gervais Hakizimana starb bei dem Unfall ebenfalls. Eine weitere Person wurde verletzt. Noch im Oktober stellte Calvin Kiptum einen neuen Marathon-Weltrekord auf. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris wollte er antreten. Jürgen Hartmann, der deutsche Designer. Jürgen Hartmann ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Seine langjährige Freundin und TV-Moderatorin Heidrun von Gösel bestätigte dies gegenüber Bild. Hartmann kleidete Stars wie Hildegard Kneff und Marlene Dietrich ein. Berühmt wurde er auch durch seine legendären Modeschauen in Hamburger Luxushotels. Er lebte zuletzt in Alsterdorf, Hamburg. Twomad. Mudea Sedik, auch bekannt als Twomad, ist im Alter von 23 Jahren gestorben, wie TMZ berichtet. Er etablierte sich in den letzten Jahren in den sozialen Medien, indem er mit seinen unterhaltsamen Videos eine beträchtliche Anhängerschaft gewann. Auf YouTube allein verzeichnete der in Kanada geborene Content-Creator über 2 Millionen Abonnenten. Fans auf der ganzen Welt trauern um den Influencer. Die genaue Todesursache ist bis jetzt noch nicht bekannt. Johanna von Kotzian Die Schauspielerin Johanna von Kotzian ist am 13. Februar im Alter von 90 Jahren verstorben, wie Bild unter Berufung auf ihre ehemalige Agentin berichtet. Von Kotzian war am Theater und vor der Kamera erfolgreich, darunter in Die Landärztin, Praxis Bülobogen oder Der Kommissar. Mit »Das bisschen Haushalt«, sagt mein Mann, schaffte sie 1977 einen Hit, Emre Aytekin. Erst vor einem Jahr begleitete Goodbye Deutschland. Emre Aytekin und seine Lebensgefährtin Sandra Zepin, die zu ihm in die Türkei gezogen war. Dort lebte er als Musiker in der Stadt Zeit. Jetzt gab Vox via Instagram bekannt, Emre Aytekin ist mit nur 32 Jahren gestorben. Auf goodbye-deutschland.vox teilte der Sender mit. Wir trauern um Emre, der Anfang des Monats auf tragische Weise zu Tode gekommen ist. Wir sind in Gedanken bei Sandra und Emres Familie und möchten unser herzliches Beileid aussprechen. Hartes Deutschland, Lennox Lennox, bekannt aus der RTL-2-Serie Hartes Deutschland, ist mit nur 37 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht wird von der Zeitung Kieler Nachrichten bestätigt. Demnach wurde Lennox, der bürgerlich Lennart Hohenstein hieß, am 14. Februar leblos in seiner Wohnung in Kiel aufgefunden. Andreas Brehme, Schocknachricht aus der Fußballwelt. Andreas Brehme, Weltmeister und WM-Held von 1990, ist in der Nacht auf den 20. Februar im Alter von 63 Jahren verstorben. Als Todesursache wird Herzstillstand vermutet, wie die Bild berichtet. Brehme war eine Fußball-Ikone und hinterlässt seine Lebensgefährtin und zwei erwachsene Söhne aus vorheriger Ehe. Ira von Fürstenberg. Die italienische Socialite-Legende. Ira von Fürstenberg ist im Alter von 83 Jahren verstorben, wie Ansa Mitte Februar berichtet. Von Fürstenberg machte unter anderem mit ihrer Hochzeit im Alter von 15 Jahren mit Alfonso zu Hohenlohe-Langenburg-Schlagzeilen. Außerdem war sie als Model und Schmuckdesignerin bekannt und spielte in zahlreichen Filmen mit. Tony Ganius ist tot. Der Schauspieler starb am 18. Februar mit 64 Jahren nach einer Operation in einem New Yorker Krankenhaus. Teenager-Komödien wie Porky's und The Wanderers machten ihn berühmt. Die letzten Worte, die wir zueinander sagten, waren »Ich liebe dich«, postete seine Verlobte mit einem Bild des Stars, Ewan McIntosh. Er wurde als Big Keith in der britischen Comedy-Serie »The Office« bekannt. Jetzt ist Ewan McIntosh mit nur 50 Jahren verstorben. Auf X nimmt sein einstiger Kollege Ricky Gervais am 21. Februar Abschied von dem sehr lustigen und sehr liebenswerten Schauspieler. Er war ein absolutes Original. Ruhe in Frieden. Seine genaue Todesursache ist nicht bekannt. McIntosh hatte jedoch zuletzt gesundheitliche Probleme. Motocross-Star J.O. Archer Im Alter von nur 27 Jahren ist der Motocross-Star J.O. Archer beim Training ums Leben gekommen. Der Extremsportler starb laut ESPN am 21. Februar 2024 in Melbourne. Sein Action-Sport-Kollektiv bestätigte den Tod auf Instagram und schrieb, »J.O. war der Inbegriff von Leidenschaft, harter Arbeit und Entschlossenheit.« 2022 gelang ihm ein dreifacher Rückwärtssalto auf der Maschine. Eine Sensation. Tragischerweise starb er nun beim Training, während er den dreifachen Rückwärtssalto übte. Fritz Puppel Fritz Puppel, Gründer der Band City, starb am 10. Februar im Alter von 79 Jahren. Das bestätigte sein Bandkollege Toni Kral laut Bild etwa zwei Wochen später. Als Gitarrist und Komponist der Berliner Band feierte Puppel seit den 70ern Erfolge. 2022 gab die Band ihre letzten Konzerte. Pamela Salem, Schauspielerin. Pamela Salem ist im Alter von 80 Jahren verstorben, wie die Daily Mail am 23. Februar berichtet. Salem war vor allem für ihre Rolle der Miss Moneypenny in James Bond, »Sag niemals nie«, an der Seite von Sean Connery bekannt. Die Britin war außerdem in Magnum P.E. und Emergency Room zu sehen. Tina Rainforts Schlagersängerin Tina Rainfort ist am 23. Februar im Alter von 77 Jahren verstorben, wie ihr Ehemann gegenüber SWR 4 bestätigte. Als Krista Zalewski geboren, machte sie zunächst unter dem Namen Peggy Peters Karriere. Der Song »Silverbird« aus dem Jahr 1976 war ihr größter Erfolg. Zu der Todesursache von Tina Rainfort ist nichts bekannt. Horst Naumann Horst Naumann ist am 19. Februar verstorben. Das berichtet die Bild Ende Februar unter Berufung auf seine Ehefrau. Lynn Naumann sagte demnach der Zeitung, »Mein Mann ist ganz friedlich zu Hause eingeschlafen. Wir haben an dem Morgen noch zusammen im Bett gefrühstückt. Und dann hat er dort nochmal ein wenig geschlafen, so wie er es immer gemacht hat. Der Schauspieler, der sich vor allem durch seine Arztrollen bei der Schwarzwaldklinik und dem Traumschiff einen Namen machte, wurde 98 Jahre alt. Chris Gauthier ist am 23. Februar unerwartet im Alter von 48 Jahren gestorben. Chris Gauthiers Tod wurde von seinem Manager gegenüber dem US-Magazin TV Line bestätigt. Dieser berichtete, dass der Schauspieler plötzlich und unerwartet nach kurzer Krankheit gestorben sei. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Kenneth Mitchell Schauspieler Kenneth Mitchell ist am 24. Februar im Alter von 49 Jahren verstorben, wie seine Familie via Instagram bekannt gab. Der Star Trek Discovery-Darsteller litt an der unheilbaren und degenerativen Nervenkrankheit ALS, Amyotrophe Lateralskleros. 2018 bekam er die Diagnose und war seit 2019 auf einen Rollstuhl angewiesen. Er hinterlässt seine Frau und zwei Söhne. E. Duke Vincent Charmed Produzent E. Duke Vincent ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Das bestätigte seine Frau via Facebook. Mit tiefer Trauer informiere ich euch über das Ableben meines geliebten und brillanten Ehemannes E. Duke Vincent, einem legendären Blue Angel, einem mit dem Emmy ausgezeichneten Fernsehproduzenten und Autoren und einem versierten Romanautor. E. Duke Vincent soll bereits am 10. Februar in seinem Haus in Montecito, Kalifornien, verstorben sein. Zu seinem Todesumstand ist nichts bekannt. E. Duke Vincent arbeitete als Produzent für Serien wie Charmed oder Beverly Hills 9-2-10. Thomas Kingston, Ehemann von Lady Gabriella, ist mit 45 Jahren verstorben. Das gab der Buckingham-Palast am 27. Februar bekannt. Es heißt, mit tiefem Bedauern geben wir den Tod von Thomas Kingston, unserem geliebten Ehemann, Sohn und Bruder, bekannt. Tom war ein außergewöhnlicher Mann, der das Leben aller, die ihn kannten, erhellte. Sein Tod ist ein großer Schock für die ganze Familie und wir bitten, unsere Privatsphäre zu respektieren, während wir seinen Tod betrauern. Die genaue Todesursache ist nicht bekannt. Ein Fremdeinwirken oder verdächtige Umstände werden jedoch ausgeschlossen. Laut Medien wurde er Sonntagabend, 25. Februar, in Gloucestershire tot aufgefunden. Tom Kingston und Lady Gabriella, Großnichte von Königin Elizabeth Plus, waren seit 2019 verheiratet. Zuvor war der Financier mit Kates Schwester Pippa Middleton liiert, Fabian Schulze. Traurige Nachrichten. Der ehemalige Stabhochspringer Fabian Schulze ist im Alter von 39 Jahren gestorben. Seinen Tod bestätigte der Deutsche Leichtathletikverband. Am vergangenen Sonntag ist der frühere Stabhochspringer Fabian Schulze wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag in seiner Wahlheimat Sonthofen an einer tückischen Krankheit verstorben. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie und allen, die ihm nahe standen, heißt es in dem Statement, das auf der Plattform X veröffentlicht wurde. Richard Lewis, Comedy-Legende. Richard Lewis ist tot. Das bestätigt sein Sprecher Ende Februar gegenüber Deadline. Demnach starb Lewis im Alter von 76 Jahren nach einem Herzinfarkt. Erst im April 2023 machte er seine Parkinson-Erkrankung öffentlich. Richard Lewis war unter anderem bekannt aus der Serie Lassus Larry oder den Filmen Robin Hood, Helden in Strumpfhosen und Leaving Las Vegas. Charles Dierkopp. Am 25. Februar verstarb US-Schauspieler. Charles Dierkopp im Alter von 87 Jahren. Das bestätigte Tochter Lynn, Tage später, gegenüber dem US-Magazin The Hollywood Reporter. So sei er an den Folgen eines Herzinfarkts und einer Lungenentzündung gestorben. Charles Dierkopp wurde durch seine Rollen in zwei Banditen und der Clou weltweit bekannt. Kat Janis Große. Trauer um Kat Janis. Die Sängerin verstarb mit nur 31 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Das machte die Familie auf ihrem Instagram-Profil Ende Februar 2024 öffentlich. In dem Statement hieß es, Kat erlebte, wie ihre Musik an Orte gelangte, mit denen sie nie gerechnet hätte. Sie ruht in der Gewissheit, dass sie durch ihre Musik weiterhin für ihren Sohn sorgen wird. Ohne euch alle wäre dies nicht möglich gewesen. Bei ihr wurde 2021 ein Sarcom, ein seltener, bösartiger Tumor, entdeckt. Sie wurde behandelt, bekam Chemotherapien, galt zunächst als krebsfrei. Doch er kam zurück. Jetzt ist Kat Janis an der Krankheit verstorben. Paolo Taviani. Der italienische Regisseur. Paolo Taviani starb am 29. Februar 2024 im Alter von 92 Jahren, wie die Präfektur seiner Heimatregion Toskana bestätigte. Italienischen Medienberichten zufolge ist er nach kurzer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie in einem Krankenhaus in Rom friedlich eingeschlafen. 2018 war sein Bruder Vittorio gestroben. Die beiden Brüder gehörten zu den wichtigsten Filmemachern Italiens in den vergangenen Jahrzehnten. Craig Rowe, traurige Nachrichten aus der Football-Welt. Sportler. Craig Rowe ist Ende Februar 2024 mit nur 33 Jahren an Darmkrebs verstorben. Das bestätigte seine Frau Chelsea bei Instagram. Dort heißt es, ich wollte all seine Follower wissen lassen, dass Gott Craig nach einem 18-monatigen Kampf gegen Darmkrebs im vierten Stadium am Montag, dem 26. Februar, nach Hause geholt hat. Iris Apfel-Mode-Ikone. Iris Apfel ist am 1. März im Alter von 102 Jahren gestorben. Die traurige Nachricht wurde auf ihrem Instagram-Kanal bekannt gegeben. Ihr Sprecher bestätigte zudem gegenüber der New York Times, dass Apfel in ihrem Zuhause in Palm Beach, Florida verstorben sei. Eine genaue Todesursache wurde nicht angegeben. Iris Apfel galt als älteste Influencerin der Welt und begeisterte über die Jahre immer wieder mit ihren exzentrischen Looks. – Däwige Signale- – Däwige Signale- – Däwige Signale Uhr – Däwige Sand